Ich ziehe eine durchaus positive Bilanz und habe sehr viel gelernt und weiß, nichts ist unmöglich. Und als Oppositionspartei, als eine kleine Oppositionspartei, haben wir Freie Wähler in diesen fünf Jahren sehr viel erreicht. Ich möchte sagen, weitaus mehr als SPD und Grüne in den vergangenen zwei, drei Legislaturperiode zusammen erreicht haben. Denn wenn man sieht, dass wir mit der Abschaffung der Studiengebühren etwas vollbracht haben, worüber der Landtag zwei Legislaturperioden heftigst diskutiert hat und dem daraus sich ergebenden Bildungsfinanzierungsgesetz, wo nochmal ein Nachschlag von rund einer halben Milliarde in die Bildung geflossen ist, muss ich sagen, sind wir eigentlich der eigentliche Matchwinner dieser Legislaturperiode. Untertitelung des ZDF für funk, 2017